Guten Morgen, hier ist euer Schnattchen. Ich glaube, ich glaube... Guckt mal, was ich da gefunden hab. Der Bani, der hört ja gar nicht rein. Ist'n da? Ein Huhn in der Wohnung? Geht ja gar nicht. Okay. Da hat man ganz selten, dass ein Huhn freiwillig in die Küche geht. Na, welchen Kochtopf möchtest du gerne? Ah, das Ding kannst du vergessen. Du kommst hier raus. Wo noch nichts zu suchen. Die Tiere haben hier eindeutig zu viel Freiheiten. So funktioniert nicht. Ich bin noch zu klein für'n Kochtopf, obwohl die Bratpfannen sind ja schon da. Bock, 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 bock. Was, mir ist hier vielleicht, was du schon da? Ich habe noch einen Aufmerksamkeit.